So, arbeiten wir uns vor. Ach, Sockis, die Sockis. Das sind gute Sockis. Ich glaube, das sind nämlich Leute, die mich so einschneiden, die man mal schnell zum Rasen nähen und so drüber ziehen kann. Und das sind süße Säckchen. Das Muster mag ich so. Die mag ich gerne. Ach, war schön. Aber Sockis, ne? Sockis. Ja, ich weiß, das ist euch jetzt schnuppen, ne? Ach, du je. Ich sollte doch erst lesen. Ach, habe ich natürlich schon längst wieder vergessen gehabt, dass ich ja erst lesen soll. Ich soll lesen. Oh, ein kleiner kritischer Blick, hä? Hä? Wer ist gern beim Auspacken mit dabei, hä?